Was machen wir jetzt? Die Maschine an die Küste, stoßen zu unserer Armee und kehren zurück in den Krieg. Wer bist du? Ein britischer Offizier, und die Sämen. Unsere Aircraft wurde schockt. Es gibt keine Chance für Spotted Team. Sie sind offiziellt die Prisoner des III. Reich. Wollten wir sie nicht erschießen? Nein. Warum nicht? Wir sind keine Hotten Totten, Schwarz. Ich bin auf ein unbrennt Tysk-Fly. Nein. Mannschaften? Ich weiß nicht. Ich bin ein britischer Offizier, und ich habe keine Intentionen von dir zu nehmen. Wake up, Kapitän! Und du? Go to your bed. Not a very sporting gesture. This is war. Not a silly game in your country club. You win the pissing contest, dog. Congratulations. This is the British side, and this is the German side. Why are you Germans so obsessed with rules and regulations? You will never understand. That is why Germany is great and the British Empire is crumbling. Crumbling nonsense. The Empire is doing fine. We are out of food, and there is hardly any wood left. Why did we go our separate ways? May I introduce you to the beautiful Norwegian countryside? Please don't. that's right. Where do I get from? Who lives on the floor? The Counter-Edge Wir werden jetzt hier sterben.